Ich will kein Besserwisser sein, aber ich will ihm wissen lassen, dass er sich richtig entschieden hat. Ja, weil er eben doch nicht so ein herzloses Arschloch ist, was immer nur fracher aus ist. Ja, genau das ist das Problem. Hier gibt es irgendwie nur schwarz und weiß, jemand ist böse oder gut, aber wieso, weshalb, warum er etwas getan hat, scheint niemanden zu interessieren. Aber genau darum geht's, Freunde. Oh, aber wir landen wieder hier. Ich dachte, er bebt dort automatisch automatisch auf die Sette. Ich kann hier nicht reden. Ja, warum nicht? Ja, Schluss mit dem Mist. Sie steht da um. Kannst du einfach mal nach rechts oben gucken? Aber sie ist menschlich, oder? Oder die Augen glitzern so komisch rot? Und wieso vertraut sie Cerberus? Ja, äh, klingt jetzt nicht sehr kompliziert. Und was für ein Deal? Möchte sie vielleicht darüber reden? Oh. Also sie ist über uns. Mhm. Oh Gott, so viel zu reden. Okay, Raub. Uh. Kriegen wir neue Kleidung? Was wissen Sie über Donovan Hawk? Mr. Hawk ist ein gut respekteter Geschäftsführer. Armsdealer, Mörderer, generell nicht ein großer Mann. Seine Mansion ist bekannt, weil es hart zu kratzen ist. Aber ich habe einen Weg in. Und ich denke, Sie werden es lieben. Interessant, dass wir uns immer noch mit dieser Werbetafel unterhalten müssen, obwohl sie zwei Meter über uns ist. Ich wüsste, Hawk ist der Typ, der Mann, der kümmern, die Menschen in seinen Haus. I always expect trouble. That's why you're here. Greybox? I assume a greybox is some kind of hardware. It's a neural implant. Illegal in most places. Stores memories, thoughts, secret codes, illicit information. This one in particular belonged to my partner, Keiji Okuda. We worked together for a long time, before Hawk killed him. Oh. Er ist sowas Persönliches. Tell me about this former partner of yours. His name was Keiji Okuda. The best hacker and entryman I've ever known. Unfortunately, he slipped up and made himself infamous. He stole something he shouldn't. He warned me it was bad. Something that could spark interstellar war if it got out. That information... Got him killed. Aww. What could he have found that's so bad? He wouldn't say what it was, just that it was dangerous. He said if it got out, humanity would be in trouble. He encrypted it, wrapped it up in his own memories. To decode the information, you have to sift through all the time we spent together. Now those memories are all that's left of him. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir auch einen guten Grund, die zurück zu wollen. Ähm. Ich schätze mal, das ist sofort ihre Loyalitätsmission. Also sagen wir einfach mal ja. I can understand why you'd want to get it back. Getting it back will be easier with your help, Shepard. Ja, dann, äh, haben wir noch irgendwas? Nö, dann machen wir das. If that's what Cerberus promised you, we'll get it done. It'll be fun. And if we're lucky, you won't even have to draw your gun. We should probably wrap this up. You look pretty silly standing there talking to an advertisement. I'll see you on the ship, Shepard. Ja, das hab ich mir auch schon gedacht. Okay, wir haben eine neue Missy bekommen. Und ich wüsste gern, wo ich diese dämliche... Die IDs loswerden sollen. Ich weiß es nicht. Ich renn mal eben kurz ein bisschen rum. Guck, ob er was haben möchte. Nö, möchte er nicht. Ich sollte gehen. Du brauchst irgendwas anderes? Lass mich wissen. Irgendjemand wird ja wohl hier Interesse daran haben. Aber ich hab auch noch kein Gespräch noch geschnappt. Wo das wichtig gewesen wäre. Mann, nee, aber die ganze Situation zu rennen ist natürlich auch äußerst unangenehm. Nee, weißt du was? Ich warte auf euren Input. Falls das jemand weiß, sagt Bescheid. Das wird uns ja nicht wegrennen. Bevor ich mich hier tot suche und 30 Minuten damit verschwende. Fände ich jetzt nicht so witzig. Ich würde gerne dann zurück auf unser Schiff. Und überlegen, was wir jetzt nächstes machen. Vielleicht tatsächlich die Mission von Said und der Kasumi. Entschuldigung. Okay, wenn wir sie offensichtlich ranholen. No, ich möchte aber nicht. Ja, kannst du sie ja persönlich mal vornehmen. Okay, also haben wir da auch gleich die... Ey, wir haben so viel zu tun. Das wird noch Ewigkeiten dauern, bis wir hier mal storytechnisch vorankommen. Weil wir machen ja im Prinzip nur private Missionen jetzt. Ich würde das jetzt als Liebenfest empfinden. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Sie sind zu klein. Von Morlan. Es tut mir leid, aber ich verlasse dich für einen Kroganer, weil du für deine Spezies nicht besonders großzügig ausgestattet bist. Haben die Angst vor diesem Satz? Morlans berühmte Online-Shop verkauft zahlreiche Lösungen dieses Problems, ohne die Einschränkung der Handelsgesetze der Citadel. Ob nun Hormonpräparate, kybernetische Vergrößerungen oder genbiotische Xenoumgestaltungen. Morlan hat ein großes Angebot von Wolle spendender Produkte. Alle Spezies und Geschlechter bestellen online bei Morlans berühmter Extranet-Zeit direkt über den Hotlink dieser Nachricht. Produktverfügbarkeit abhängig von örtlichen Handelsgesetzen. Produkte mit Element Zero haben höhere Versandkosten. Keine Lieferung nach Omega. Kroganische Fortpflanzungsorgane nicht erhältlich. Weitere Einschränkungen möglich. Danke für diesen Spam. Therapie. Ola Han, Shepard, Sie sagen, Sie seien am Leben, hätten den Tod überlistet. Dass diese Nachricht nicht nur ein sinnloser Teil meiner Therapie wäre. Sie sagen viele Sachen. Wer ist denn Ola Han? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Ich lebe noch. Sie ist immer noch tot. Ich habe gehört, Sie haben Venezia getötet. Oh, achso. Gut gemacht. Noch eine Frau, an deren Tod ich beteiligt war, falls meine Informationen dabei geholfen haben. Sie wollen, dass ich Ihnen danke. Wären Sie nicht aufgetaucht, hätten uns die Rachen ihr alle umgebracht. Und es wäre auch gut so gewesen. Warum ich und nicht Sie? Warum sind Sie nicht früher aufgetaucht? Sie glauben, Sie kriegen mich wieder hin. Aber vielleicht sind Sie gar nicht zurückgekehrt. Vielleicht bin ich gestorben. Vielleicht habe ich diese Tür gar nicht rechtzeitig geschlossen. Vielleicht habe ich Sie offen gehalten, um mir eine Chance zu geben. Und dann hat der Rachen ihm meinen Anzug aufgerissen und ich wurde dort auf Gipfel 15 verstrahlt. Vielleicht bin ich ein Märtyrer und das ist nur eine schreckliche Halluzination vor einem wunderbaren Leben nach dem Tod. Aber falls nicht, dann danke. Kleinen Moment. Da musste ich mich kurz räuspern. Ich erinnere mich daran. Das war so eine ganz kurze Sequenz, wo derjenige einfach in diesen Zug eingestiegen ist, die Tür zugeknallt hat und der Partner oder wen auch immer, der da schleppte hat, der wurde dann, naja, sagen wir mal, unfreundlich von den Rachni, den übernommenen Rachni behandelt. Und deswegen ist der in Therapie. Ich habe mich gerade erinnert. Okay. Liebe noch. Detective Anaya. Grüße, Commander. Ich bin nicht ganz sicher, ob diese Nachricht sie erreicht, aber nochmals meinen Dank für ihre Hilfe mit Samara. Eclipse hält sich völlig bedeckt und auch meine Vorgesetzten lassen mich in Ruhe. Keine Ahnung, ob das etwas miteinander zu tun hat, aber wenn ich das nächste Mal einer Justikarin begegne, kann ich hoffentlich den gebührenden Respekt entgegenbringen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich mit einer von ihnen an einem Fall gearbeitet habe. Sie können sich glücklich schätzen, Mensch. Und wenn ich weitere Informationen über ihre Zielpersonen finde, leite ich sie natürlich an sie weiter. Danke, Detective Anaya, Polizei von Illium. Ich darf mich glücklich schätzen. Hallo, wir sind eine Legende. Ich kann sich glücklich schätzen, dass er mit mir zusammenarbeiten kann. Entschuldigung. Ach, dieses Reus bei mir mal krank ist. Das ist echt nicht schön. Ich merke auch, wie meine Stimme langsam den Geist aufgibt und sagt, nö, kein Bock mehr. Wir gehen ja, oh, wir haben jetzt auch die drei Stunden erreicht. Ich werde trotzdem noch ein paar Missionen machen. Ich reizte es bis zum Ende aus, bis ich morgen nicht mehr reden kann. Äh. Ja. Nur, dass da gar keine Meinung dabei war. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bug war oder ob er einfach nicht mal mit uns reden mag. Aber nö, ich zwinge ja auch niemanden hier Gespräche auf. So. Wir gehen nochmal, wir können ja jetzt Präzisionsscharen ein wenig erforschen. Das würde ich jetzt direkt mal machen wollen. Oh, wir können ganz viel machen. Wenn wir denn auch die Ressourcen dafür haben. Kopfschussscharen. Huh. Erfordert Platin zur Erforschung. Verdammt. Na gut. Ähm. Ich werde trotzdem das andere erforschen. Ich werde dann auch heute wahrscheinlich noch im Anschluss nach der Aufnahme ein wenig Ressourcen auffrischen. Damit wir da auch gedeckt sind und vielleicht ein paar Nebenquests finden. Das wäre natürlich auch sehr schön. Ja, Morden. Können wir nicht reden. Jacob haben wir alle schon besprochen, was wir reden können. Und mit Garrus würde ich gerne nochmal ein Gespräch führen. Weil wir jetzt seine Privat-Mischi gemacht haben. Und da ist auch auf dem selben Deck Kazumi. Das passt ganz gut. Mit der würde ich dann auch direkt noch reden. Eigentlich müssen wir ja sowieso mit allen reden. Also was erzähle ich hier? Ich gucke mich gerade um, ob sich immer irgendwas verändert hat. Man weiß ja nie. Aber es bleibt eigentlich immer beim Alten. Hallo. Bitte? Ja. Wer sonst soll da noch sein? Schön, dass sie hier sind. Ich habe Angst, wenn ich das mache, kann ich mir immer das sagen. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe Angst, dass wir etwas besser finden, als Collectors oder Reapers haben. Ich würde mich gerne erwarten, dass es das peinste ist. Es ist eine kleine Chance, dass ich mich sehr überrascht bin. Ja. Ich konnte das ohne dich, Geras. Natürlich, du kannst. Nicht so stylisch, natürlich. Es ist strange, dass wir in eine Suicide Mission auf einem Human-Ship gehen. Deine Leute nicht vorbereiten für höchst-Risk-Operationen, so wie die Turingen machen. Was ist mit Ilios? Ich dachte, dass du mit Ilios bist. Ich denke, ich denke, dass ich Saren nach Ilios trage. Natürlich, aber das war schnell. Wir raced, landeten, blieben, ein paar Geth und schliefen die Galaxie. Diese Zeit haben wir Miranda und Cerberus und die AI alle, die uns sagen, was wir gegen uns sind. Ich denke, ich würde blinde Optimismus. Hm, ja. Wir können uns ja selber einreden, dass es gar nicht schlimm wird. Ich freue mich so, dass er, ich weiß nicht, er ist wirklich wie so ein, unser Best-Buddy. Der immer bei uns bleibt und uns immer unterstützt, egal was für eine schwere Entscheidung wir treffen müssen. Er sagt zwar seine Meinung dazu und auch immer ehrlich, aber er sagt auch, ich verstehe, warum du das so und so gemacht hast und ich respektiere das. Und deswegen mag ich ihn so sehr, weil er einfach, er ist total der, der Bro schlechthin. Ja, und deswegen mag ich dich auch. Ist mir jemand aufgefallen, wie Shepard da sitzt? Er hat sie dicke Eier. Das ist, ähm, schön. Also so richtig fette Klöten. So sitzt sie da. Aber gut, vielleicht hat sie die ja auch. Wir wissen es nicht. Äh, er hat da so einen Unterton, dass es später noch woanders hinführt. Ja, das ist... Genau das habe ich auch gerade gemacht. Sehr schön. Danke für dieses Stück Informationen, Garrus. Was? Was ist das? Was war das? Was war das? Was ist, wenn wir auf die Tie-Breakern gehen können? Wir können deine Gelegenheit testen und meine Flexibilität testen. Oh, ich habe nicht... Hmm. Ich wusste nicht, dass du eine Schmerz für Menschen mit Schmerzen hast. Na ja, warum nicht? Es gibt niemanden in dieser Galaxie mehr als du. Und wenn wir einen Weg machen können, dann... Ja, definitiv. Was? Haben wir uns gerade mit Garius zum Vögeln verabredet? Warum ist die Tür noch offen? Ich bin völlig geflasht. Was? Haben wir jetzt ernsthaft eine Romanze begonnen oder war das immer nur so ein flirty, flirty Zeug? Funktioniert das überhaupt zwischen Turianern und Menschen? Ich meine, wie könnte ich immer dasselbe Essen essen? Wie funktioniert denn der Austausch von Körperflüssigkeiten? Vielleicht gar nicht, aber darf ich mir das... Kann mir jemand ein Bild zeichnen, wo er mir zeigt, wie das funktioniert? Können wir nochmal mit ihm reden? Ich bin gerade völlig geflasht. Irgendwie bricht seine Tonspur immer vorher kurz ab. Also nicht immer, aber zwischendurch. Aber ich finde es echt süß, wie er, ja, ein bisschen schüchtern ist. Er denkt immer, er ist der coolste Gangster überhaupt, aber wenn es um sowas geht, dann ist er ein bisschen schüchtern. Das ist echt verdammt süß. Ich bin, ich bin echt happy gerade. Das wäre ja schön. Ich meine, er hat nicht sehr viele private Sachen, über die wir mit ihm reden können. Merkt man einfach im Gegensatz zu Jacob und Miranda, da hat es die richtige Texte und er ist halt eher, hm, ja, kurze Sachen, mit denen man da reden konnte. Aber na gut, ich freue mich trotzdem. War echt cool. Und vielleicht kann da ja wirklich eine Beziehung daraus entstehen, da wäre ich echt ein Fan von. Ich bin total Team Shepard und Garris. Ja, lass dir Zeit. Ich bin happy. Ich bin wie so eine Wolke 9. Musik